Ein herzliches Hallo zu High Five für deine gesunde Ernährung. Mein Name ist Anna Reschreiter und du hörst den Podcast für eine einfache und alltagstaugliche Ernährung nach den fünf Elementen der traditionell chinesischen Medizin. Hi, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder zugeschalten hast, dass du dich für dieses Thema Zysten, Miume und Endometriose interessierst und ich hoffe, dass ich dir wieder einen guten Einblick aus der traditionell chinesischen Medizin, aus der TCM Ernährung geben kann und dass du wieder ganz, ganz viele Tipps für dich persönlich mitnehmen kannst. Ich beschäftige mich mit den Themen, warum hat die traditionell chinesische Medizin einen anderen Blickwinkel auf Zysten, Miume und Endometriose? Warum es allen TCM Ärzten und TCM Therapeuten regelrecht die Haare aufstellt, wenn Zysten verharmlost werden? Welche Ursachen für Zysten, Miume und Endometriose kennt die TCM eigentlich und wie können wir Frauen unser körperliches und geistiges Wohlbefinden selbst in die Hand nehmen und uns gut unterstützen, vor allem in diesen Zeiten von diesen Beschwerden? Das heißt konkret, welche Lebensmittel, Kräuter und Gewürze können uns bei Zysten, bei Miume und bei Endometriose gute Begleiter sein und welche weiteren Maßnahmen und Tipps hat die TCM denn so auf Lager? Also das alles wirst du heute in der Podcast-Folge erfahren und wenn du heute auch eingeschalten hast, weil ich dich bereits letzte Woche so ein bisschen neugierig gemacht habe, woran denn mein Team und ich die letzten Wochen arbeiten, dann kann ich dir heute so die ersten Infos verraten. Wir haben ja die Grundlagen und Basics der TCM in meiner Facebook-Gruppe seit zwei Wochen nun Tag für Tag von Montag bis Freitag in so kurzen, knackigen, informativen Videos abgedreht. Die kommende Woche, also bis Ende Mai, werden noch einmal fünf Videos online gehen, sodass bis Ende Mai in meiner Facebook-Gruppe TCM Ernährung geht ganz einfach 15 Videos zur Verfügung stehen, die du dir jederzeit anhören kannst, anschauen kannst, wo es um die Basics und um die Grundlagen der TCM Ernährung geht. Und diese Videos sind wirklich super gut angekommen, aber ich habe wirklich viele Nachrichten bekommen, dass einige von euch oder vielleicht auch du gar nicht mehr auf Facebook bist, also viele gar nicht mehr auf Facebook sind. Und deshalb, also wirklich so Trommelwirbel, 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 eine erste kleine Ankündigung. Noch im Juni erwartet dich nicht nur ein richtig umfangreiches Format rund um die Basics und Grundlagen der TCM hier am Podcast. Nein, auch auf allen anderen Kanälen, also auf YouTube, auf Instagram, mit IGTV, am Blog und auf Facebook. Das bedeutet, ab Juni wird es wirklich niemanden mehr geben, der irgendetwas versäumen wird. Und worauf ich wirklich super stolz bin, ist, dass wir gerade noch an etwas ganz Besonderem arbeiten, dass das bisher umfangreichste Geschenk an dich sein wird. Das genaue Datum steht noch nicht hundertprozentig fest, also wann dieses neue Format On Air geht und wann das umfangreichste Geschenk ever für dich auch zum kostenlosen Download bereitstehen wird. Aber was auf jeden Fall fix ist, es wird in den ersten Tagen im Juni beginnen und ich glaube, ich kann dir das genaue Stichdatum, ja, also nächste Woche auf jeden Fall fix mitteilen. Das heißt, es zahlt sich wie immer aus, dran zu bleiben und ja, du wirst bald mehr erfahren. Du kannst dich auf jeden Fall voll drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall extremst, vor allem, wenn ich dir dann nächste Woche mehr dazu erzählen kann. Falls du im Hintergrund heute irgendetwas herumquietschen und herumjammern hörst, das ist mein Bauch, der meldet sich immer wieder, ich weiß nicht warum. Aber hallo von meinem Bauch und ich glaube, wir starten jetzt einfach los mit der heutigen Podcast-Folge rund um das Thema Zystenmiome und Endometriose, weil diese gehören aus Sicht der TCM zu den sogenannten Verhärtungen und Massen in unserem Körper. Dieses Sammeln und stauen sich im Körper wirklich regelrecht an und alles in deinem Körper sollte sich ja im besten Fall in einem freien Fluss bewegen und sich wirklich so ungehindert bewegen können. Dein Blut soll ungehindert durch deine Adern und Arterien fließen können. Deine Säfte, deine kostbaren Körpersäfte sollen jede Stelle deines Körpers frei und ungehindert erreichen, nähern und schmieren können. Das bedeutet, Säfte sollen deine Gelenke erreichen, deine Muskeln und Sehnen versorgen, deine Haut, deine Haare und deine Nägel nähern. Und deine Lebensenergie Qi soll ebenfalls in einem freien Fluss sein. Einerseits, um sich nirgendwo in deinem Körper zu staunen, andererseits, um den Fluss von Blut und Säften regulieren zu können. Du siehst also, es hängt schon wieder alles miteinander zusammen und es geht hier um Bewegung und vor allem um eine freie, uneingeschränkte Bewegung von Energien, von Säften in deinem Körper. Denn kommt es zu Stagnation des Qi-Flusses, dann bewegen sich deine kostbaren Körperflüssigkeiten nicht mehr ungehindert. Was kann dann passieren? Richtig, es kann sich etwas in deinem Körper beginnen anzusammeln. Wir nennen das in der TCM Verhärtungen und Massen, die sich beginnen anzusammeln. Heute möchte ich dir auf jeden Fall etwas über die Zysten aus Sicht der TCM erzählen und ich glaube oder ich befürchte unter Anführungszeichen, dass wir aus dieser Podcast-Folge zwei Podcast-Folgen werden machen müssen, dass es heute wirklich im Speziellen um die Zysten geht und dann in der nächsten Woche um Myome und Endometriose, weil wie ich jetzt schon das Skriptum geschrieben habe, meine Notizen geschrieben habe für diese Podcast-Folge, ist mir einfach so vieles eingefallen, was ich dir unbedingt zu Zysten mitteilen möchte. Ist mir so vieles eingefallen und ich habe mir so vieles aufgeschrieben, was ich dir zu Myome und zu Endometriose mitteilen möchte, dass es glaube ich für eine Podcast-Folge wirklich den Rahmen sprengen wird. Aber schauen wir mal, wie weit ich heute komme. Du wirst es auf jeden Fall am Ende dann sehen, ob wir daraus zwei Folgen machen oder doch nur eine. Also, lass uns keine Zeit verlieren, starten wir los einmal mit den Zysten aus Sicht der TCM. Also im Fall von Zysten sind es Massen, die sich durch Einfluss von Kälte beginnen zu verfestigen im Körper. Noch genauer gesagt, Qi-Mangel, also müde Energie im Körper und Kälte, aber auch Nässe, Kälte in der Holzenergie, also in der Leber- und der Gallenblasenenergie, aber vor allem in der Leber manifestieren sich und es kann zu Zysten kommen. Wie kann es zu dieser Kälte kommen? Meist durch eine falsche Ernährung. Wird durch eine falsche Ernährung und durch zu viel Kaltes, zu viel Süßes, zu viele Milchprodukte, zu häufige Brotmahlzeiten und zu viele Fertigprodukte die Verdauung und die Resorption belastet, dann wird auch weniger Qi, weniger Energie und weniger Wärme produziert. Deine Mitte, also deine Verdauung bleibt kalt und wird müde und müde und müder und müder. Dein Nahrungsbrei bleibt länger in deiner müden, kalten, in deinem müden, kalten Verdauungstrakt liegen, beginnt zu gären und ein Blähbauch ist vorprogrammiert. Nässe, Schleim und Schlaken entstehen oder können entstehen und diese Nässe lässt dein Qi stagnieren und nun weißt du ja auch, dass das der Beginn von Zysten sein kann. Qi-Stagnation, eine kalte und müde Mitte, Blut und kostbare Körpersäfte bewegen sich nicht mehr im freien Fluss in deinem Körper und stagnieren ebenfalls. Es bilden sich Massen und Verhärtungen durch die Kälte in deinem Körper, durch diese Energielosigkeit und Müdigkeit in deinem Körper und zack wird die erste Zyste in Brust oder in Unterleib diagnostiziert. Aber bitte keine Sorge, die traditionell chinesische Medizin und die TCM Ernährung können dich wirklich dabei wirkungsvoll unterstützen. Und Zysten sind ja zum Glück in den allermeisten Fällen gutartiges Gewebe, das sich verfestigt hat. Mich verwundert es aber trotzdem jeden Tag aufs Neue, wenn ich von Frauen höre, dass Zysten sogar von Ärztinnen und von Ärzten verharmlost werden, weil es ja eh nur eine Zyste ist. Wenn wir uns Zysten mit den Augen der TCM nämlich anschauen, so wissen wir, dass alles, was sich beginnt im Körper zu verfestigen, eine Vorstufe von Krebs sein kann. Und an dieser Stelle möchte ich keine Angst schüren, sondern im Gegenteil aufrütteln und motivieren, Zysten ernst zu nehmen. Nimm deine körperliche und geistige Gesundheit selbst in die Hand. Tu was dagegen. Du kannst dich bereits mit den einfachsten Mitteln selbst unterstützen. Also warte nicht so lange. Das ist wirklich so mein Herzenswunsch an dich. Was vielleicht im Vorfeld auch noch interessant zu wissen ist, was die Stelle deiner Zyste in der Brust für eine Bedeutung haben kann. Für westliche Mediziner ist die Stelle einer Zyste in der Brust eigentlich egal. Aber naturheilkundliche Ärzte und TCM-Ärzte wissen folgendes genau. Also die meisten Zysten, die befinden sich im oberen, äußeren Quadranten der Brust, was auf G-Mangel, G-Stagnation oder Nässe-Kälte im Holzelement hindeutet. Leber- oder Gallenblase. Meist Leberenergie, die nicht im Gleichgewicht ist. Ist eine Zyste im inneren, unteren Quadranten, so deutet es darauf hin, dass das Wasserelement und im Speziellen die Nierenenergie im Ungleichgewicht sein kann. Und wenn sich eine Zyste unter der Brustwarze befindet, dann sollte auf das Erde-Element geachtet werden, denn hier verläuft der Magenmeridian. Näheres dazu erfährst du am besten wirklich in einem persönlichen Gespräch mit deinem TCM-Arzt oder mit deiner TCM-Therapeutin. Bitte lass dich wirklich persönlich beraten, denn nur so kann ganz genau auf deine Bedürfnisse, auf individuelle Ursachen von Zysten und auf maßgeschneiderte Behandlungsmaßnahmen eingegangen werden. Das Wichtigste ist, deinen Körper vor allem deine Verdauung zu wärmen, wenn es um Zysten geht. Dein Qi, also deine Lebensenergie anzuregen, um deine Verdauung und Resorption zu stärken. Das sind eigentlich so die wichtigsten Maßnahmen. Und ich bin normalerweise, und du kennst mich mittlerweile bestimmt schon etwas länger, und wenn nicht, dann kann ich es dir hier versprechen, ich bin normalerweise wirklich keine strenge Ernährungsberaterin, die mit erhobenem Zeigefinger auf die Verbotsliste verweist. Aber bei Zysten ist der Verzicht leider wichtig. Deshalb kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, reduziere folgendes stark oder verzichte zumindest darauf die nächsten drei Monate. Das sind vor allem thermisch kalte und ungekochte Speisen und Getränke, Salate und Rohkost, Südfrüchte, Saures wie Zitrusfrüchte, Joghurt, Früchtetees, Zucker und Süßigkeiten, Milchprodukte wie Milch, Joghurt, Topfen und Käse, Sojaprodukte, Eis, grüner Tee, schwarzer Tee, Kaffee, eiskalte Getränke, Mineralwasser, Weißwein, Sekt und Bier. Warum solltest du darauf Nahrungsmittel so weit wie möglich ganz stark reduzieren, weil sie zusätzlich diese Kälte in deinem Körper fördern? Das sind alles thermisch kalte, thermisch eiskalte Lebensmittel und diese solltest du von deiner Ernährung am besten streichen für die nächsten drei Monate oder zumindest für diese Zeit, wo du wieder die nächste Untersuchung hast und schaust, ob sich die Zyste zurückgebildet hat oder sich komplett aufgelöst hat. Und vor allem, du musst dir von der Energiebewegung auch eines vorstellen, Saures wie zum Beispiel Zitrusfrüchte, Joghurt und Früchtetee sind zusammenziehend. Sauer ist immer zusammenziehend. Und die Ursache für Zysten, weißt du ja jetzt, ist die Kälte bzw. ein Qi-Mangel oder vielleicht sogar auch Qi-Stagnation in dieser Art und Weise. Und Saures ist auch immer thermisch kalt. Und wir wollen ja das Qi bewegen, wir wollen die Energie bewegen, wir wollen auch diese Zysten vielleicht auch zerstreuen. Wir wollen deine Mitte, deine Nieren, deinen mittleren Erwärmer, deine Verdauung wärmen. Und all diese kalten, thermisch kalten und sauren Lebensmitteln fördern aber wiederum die Kälte und die Müdigkeit deiner Energie. Die TCM kennt eine Kur mit Fenchelsamen, die bei Zysten ungemein unterstützend wirken kann. Also jetzt vorweg, abgesehen davon, dass ich dir sowieso empfehle, als erste Maßnahme bei Zysten deinen Arzt oder deinen TCM-Arzt bzw. deine TCM-Ärztin aufzusuchen oder zu einem TCM-Therapeuten oder einer TCM-Therapeutin zu gehen, möchte ich dir natürlich Tipps aus der TCM, aus der traditionellen chinesischen Medizin und aus der TCM-Dietetik vorstellen. Also die TCM kennt eine sehr hilfreiche Rezeptur gegen Zysten, nämlich eine Fenchelsamenkur. Ja, du hast richtig, die ganz normalen Fenchelsamen, die du wahrscheinlich auch bei dir zu Hause im Küchenkasteln als ganz normales Gewürz stehen hast. Wie funktioniert diese Fenchelsamenkur? Du nimmst ein bis drei Esslöffel Fenchelsamen, in einem Mörser zerstoßt du sie ganz leicht, also stoßt du sie einfach so leicht an und mit circa einem Viertelliter Wasser weichst du sie über Nacht ein. Dann werden die Fenchelsamen morgens im Einweichwasser mit offenem Deckel, solange gekocht oder geköchelt bist, noch ungefähr ein Achtelliter Flüssigkeit übrig bleibt. Und diese Achtelliter Flüssigkeit, die trinkst du. Also wirklich so einen Dekockt aus Fenchelsamen. Das ist ein richtig schön erwärmender, Qi anregender, kältevertreibender Tee. Und mittags werden dann dieselben Fenchelsamen wieder mit einem Viertelliter Wasser übergossen und erneut gekocht, bis nur noch eine kleine Tasse, also circa ein Achteliter übrig bleibt und das trinkst du wieder. Und diese Prozedur wiederholst du auch am Abend und trinkst so drei Tassen des Tees täglich, bis sich die Symptome verbessern. Also rechne mit einem Zeitraum von circa drei Wochen. Lass dich auf jeden Fall wieder anschauen beim Arzt. Lass dich untersuchen und persönlich beraten. Weitere Maßnahmen gegen Kälte in deinem Körper, gegen Zysten in deinem Körper können auf jeden Fall wärmende Fußbäder sein. Oder Moxa kann dir auch unglaublich helfen, weil Moxa durch das Moxa-Kraut einfach direkte Wärme in deinen Körper leitet. Und die Therapeuten setzen die Moxa-Zigan oder die Moxa-Boxen genau dorthin auf die Meridiane, wo einfach Wärme hineingeleitet werden muss. Lass dich auch mit Akupunktur und TCM-Kräutern unterstützen. Mit Akupunktur und TCM-Kräutern lassen sich Zysten für gewöhnlich gut auflösen. Und regelmäßige, moderate Bewegung in der frischen Luft, die regt den Skifluss an und sorgt für Energie und Wärme in deinem Körper. Und das, genau das, kann dich in dieser Zeit, wo du etwas gegen Zysten unternimmst, wirklich unterstützen. Und was mir dann auch noch einfällt, sind Wärmelampen. Auch so diese ganz normalen Rotlicht-Wärmelampen. Diese führen auch unmittelbare Wärme in deinen Körper ein und können dich unterstützen. Genauso natürlich wie Vollbäder und alles, was dich natürlich auch so mental unterstützt und mental runterkommen lässt und dir einfach eine gute Verbindung mit deinem Körper wieder geben lässt, wo du einfach wieder so auf deinen Körper gut vertrauen kannst und einfach so in den Moment des Hineinhören kommst. Du hast heute nun gelernt, dass Zysten die Ursache haben von Qi-Mangel, also einer müden, antriebslosen Mitte, einer müden, antriebslosen Verdauung, aber auch von Kälte. Und diese Kälte wird in der TCM Yang-Mangel bezeichnet. Und wenn Yang, also Wärme fehlt, also Yang immer Mangel ist, sollten wir unsere Yang-Wurzel wirklich gut wärmen und anregen. Und wie machen wir das am besten? Da habe ich auch einige Tipps für dich vorbereitet. Du solltest auf jeden Fall so oft wie möglich warme, gekochte Speisen essen. Dann schau drauf, dass du Yangisierende Kochmethoden immer wieder nutzt. Das sind Garen, Schmoren, Backen, Braten, Kochen. Und dann kann ich dir einige Gemüsesorten nennen, die von Haus aus erwärmend sind. Deine Mitte, dein Milz-Chi vor allem, deine Verdauungsorgane gut erreichen und Wärme in deinen Körper produzieren. Das sind Fenchel, also wir hatten vorher die Fenchelsamenkur und auch die Fenchelknolle ist erwärmend, verdauungsfördernd. Die solltest du wirklich in jede Suppe mit reinkochen. Karotten, das Ginseng des Westens, isst so oft wie möglich Karottensuppe, Karottenpüree. Also greif wirklich so oft wie möglich zu Karotten in Aufläufen, in Eintopfen, in Wok-Gemüse. Aber auch die gesamte Lauchfamilie wärmt und stärkt deine Mitte. Zwiebel, Knoblauch, Lauch, Schnittlauch. Greif auch immer wieder gerne zu Ingwer. Frischen Ingwer ein bisschen reinraspeln in deine Speisen. Das wärmt und das wirkt auch verdauungsfördernd. Und natürlich alle Kohlsorten und alle Gemüse in allen Farben und Formen stärken deine Mitte und bauen Young auf, also bauen Wärme auf. Dann greif auch immer wieder zu Getreide. Es gibt wunderbares, erwärmendes Getreide. Und da habe ich einen ganz besonderen Tipp für dich. Röste das Getreide vorher an. Weil Zysten haben ja die Ursache von Kälte, von G-Mangel, aber hauptsächlich auch Nässe-Kälte in der Leber. Und wenn sich Nässe im Körper manifestiert und macht, das macht die Nässe sehr, sehr gerne, wenn Kälte da ist. Also Kälte und Nässe, die gehen wirklich fast immer Hand in Hand. Wenn eine Nässe in deinem Körper isst, dann röste das Getreide immer an, weil angeröstetes Getreide wirkt nicht nur erwärmender, sondern wirkt auch gegen diese Nässe. Vor allem Hafer kann ich dir ins Herz legen, Grünkern. Der Grünkern hat sowieso einen direkten Bezug zur Leber und bei Zysten solltest du immer wieder zu Grünkern greifen. Süßer Reis, also Mochi-Reis, ist etwas, was deine Mitte ungemein nährt und einen direkten Bezug zu deiner Mitte, zu deiner Verdauung hat und erwärmend wirkt. Greif auch immer wieder zu Quinoa, zu Buchweizen und zu Hirse. Das sind wunderbare Getreide, die dich auch in der Zeit von Zysten unterstützen. Dann ein wirklich wichtiger Tipp, den du immer wieder von mir hörst. Koch dir Kraftsuppen. Du findest auch am Blog und wenn ich es nicht vergesse, dann verlinke ich dir diesen Artikel auch rund um diese Podcast-Folge, rund um dieses Video, falls du gerade auf YouTube hörst. koch dir Kraftsuppen, koch dir Kraftsuppen vor, rech sie ein, mach sie heiß haltbar, lager sie dir im Kühlschrank und dann nimm dir diese voll geballte Kraft in dieser Suppe her, koch dir ein frisches Gemüse einfach dazu. Das ist wirklich etwas, was ich dir echt nur ans Herz legen kann. Und da kannst du natürlich Rinderkraftsuppen, Hühnerkraftsuppen, aber auch Gemüsekraftsuppen für dich nutzen. Dann gibt es so tierische Produkte, die nicht nur deine Young-Wurzel wärmen und diese Kälte im Körper vertreiben, sondern vor allem auch so deine Mitte stärken und den Qi in Bewegung bringen. Das sind Eier, das ist Fisch, das sind Meeresfrüchte, Miesmuscheln, Lammfleisch, Wild- und Hühnerfleisch. Das sind eher so ein bisschen die erwärmenden tierischen Produkte. Vergiss nicht auf Linsen, auf Erbsen, auf Bohnen, auf Samen, auf Sprossen. Und wenn du gerne Obst isst, dann habe ich da ein paar Obstsorten für dich, die erwärmend wirken. Das sind Pfirsiche, Marillen, rote Trauben, süße Kirschen und alles saisonale Obst. Am besten alles in Kompott zubereitet mit erwärmenden Gewürzen. Aber natürlich kannst du auch frisches Obst essen. Aber wenn du dich wirklich konsequent wärmen möchtest, dann bereite dir ein Kompott zu, vielleicht mit ein bisschen Nelken, ein bisschen Zimt, das ist etwas, was noch zusätzlich das Obst erwärmt. Walnüsse kann ich dir ans Herz legen, Pistazien, Marroni, Kastanien, Pinienkerne und natürlich eine Vielzahl an Kräutern, die deine Mitte wärmt, die verdauungsfördernd wirken und die dieser Nässe im Verdauungstrakt und in deinem Körper entgegenwirken. Wacholderbeeren, Petersilie, Schnittlauch, Fenchel, natürlich die Fenchelsamen auch für die Kur nicht vergessen, Kümmel, Anis, Kardamom, Lorbeerblätter und wir haben natürlich alle Majoran, Thymian vielleicht in unserem Kräutergarten. Und ein besonderer Tipp, Orangenschalen. Kauf dir Bio-Orangen, schäle sie, also wasch sie ordentlich, also wirklich auch Bio-Orangen ordentlich waschen, schäle sie und dann trockne die Schale. Schneide sie dann klein, du kannst sie dann auch gut lagern. Orangenschalen kannst du in Fleischspeisen geben, ins Porridge geben, bei Suppen mitkochen, in Aufläufen. Sie haben ein wunderbares Aroma und wirken Nässe entgegen und bewegen das Chi, bewegen das Verdauungs-Chi und stärken vor allem auch deine Mitte. Vanille kann ich dir ans Herz legen, Nelke und Zimt, weil sie einfach auch erwärmend sind, aromatisch sind. Und vielleicht noch so der letzte Tipp, koche auch immer wieder mit Alkohol. Alkohol ist einfach erwärmend und Alkohol wird in der TCM einfach auch genutzt, um das Yang noch zusätzlich anzuregen. Und neben dem Yang-Mangel, also der Kälte, ist natürlich auch augenscheinlich dieser Chi-Mangel und wir wollen ja das Chi tonisieren. Und neben all den vorher gerade erwähnten Ernährungstipps, kann ich dir noch Folgendes ans Herz legen. Schau drauf, dass du mit dem Grübeln aufhörst. Ich weiß, das klingt vielleicht jetzt so mega easy, ist es aber nicht. Aber bedenke immer, ständiges Grübeln und sich ständig Sorgen machen erzeugt Nässe. Und diese Nässe blockiert wiederum dein Chi, deine Lebensenergie, weil Nässe dein Erde-Element schwächt. Das heißt, schau drauf, ganz, ganz bewusst, wenn du wieder in diesem Teufelskreis von Gedankenkarussell drinnen bist, dass du für dich eine Möglichkeit findest, dieses ständige Grübeln zu unterbrechen, dieses ständige sich Sorgen machen zu unterbrechen. Indem du aufspringst und ein paar Liegestütze machst oder indem du beginnst, deine Gedanken einfach niederzuschreiben oder indem du vielleicht versuchst, nicht in Problemen zu denken, sondern in Lösungen zu denken. Dann natürlich ist alles, was ich dir vorher genannt habe, an Süßigkeiten, an Milchprodukten, zu viel Brotmahlzeiten, zu viele ungekochte, kalte Mahlzeiten, zu viele Bananen, zu viele Südfrüchte oder Fertigprodukte. Das sind alles Essgewohnheiten, die den freien Fluss und die Produktion von Chi in deinem Körper eindämmen. Und was auch deine Chi, vor allem so dein Verdauungs-Chi massiv schwächen kann, ist, wenn du aufs Frühstück verzichtest. Und da weiß ich schon, viele, die sich jetzt den Podcast anhören, werden sich vielleicht denken, aber ich kann in der Früh nichts frühstücken. Und mein Gegenargument ist immer, ich weiß, aber so wie du dir das nicht frühstücken angewöhnt hast, kannst du dir auch wieder das Frühstücken angewöhnen. Und deshalb kann ich es dir wirklich nur ans Herz legen. Eine sehr unregelmäßige Ernährung, zu viel Mikrowelle, zu viel Tiefkühlkost, das schwächt deine Mitte, das schwächt deine Verdauung, das fördert Nässe, das fördert Energielosigkeit. Und auch das kann zu Zysten führen oder Zysten begünstigen in deinem Körper. Aber auch zum Beispiel Darmflora-Veränderungen durch Medikamente zum Beispiel. Oder einfach zu wenig Bewegung, zu wenig Sport ist auch etwas, was zu Chi-Mangel führen kann. So, und jetzt sind wir gerade an diesem Punkt. Die Podcast-Folge ist schon wirklich lang geworden, aber ich glaube, sie ist auch genauso inhaltsvoll geworden. Und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass ich ganz, ganz, ganz vielen Frauen damit helfen kann, sie unterstützen kann, sie motivieren kann, nicht zu verzweifeln und wirklich, ja, ihre Zysten auch selbst in die Hand zu nehmen. Wenn du dir diese Podcast-Folge angehört hast, dann bitte teile sie auch sehr gerne mit anderen Frauen, weil du weißt nie, welche Frau vielleicht gerade schmerzhafte Zysten hat oder seit Jahren endlich ihre Zysten in den Griff bekommen möchte und vielleicht von ihrem Arzt irgendwie auch enttäuscht ist, weil der sie immer irgendwie so abschasselt und sagt, ach, ist doch wurscht, das ist doch nur eine kleine Zyste. Empfehle den Podcast und ja, das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir gemeinsam einigen weiteren Frauen helfen können. Das heißt, welche Tipps habe ich heute für dich gegen Zysten gehabt? Also erstens, geh zum Arzt. Zweitens, verzichte auf alles, was thermisch kalt ist und ich habe dir heute vieles genannt, was thermisch kalt ist. Drittens, mach eine Fenchelsamen-Kur drei Wochen lang. Viertens, iss regelmäßig warme, gekochte Mahlzeiten. Fünftens, bewege dich ausreichend an der frischen Luft. Sechstens, achte auf eine ausgewogene Work-Life-Balance und siebtens, löst dich so schnell wie möglich von ständigen Grübeln und von ständigen Sorgen machen. Ich wünsche dir von Herzen, dass dir diese Podcast-Folge geholfen hat und wenn wir jetzt alle auf die Zeit sehen, dann wissen wir schon, wir hören uns nächste Woche am Montag mit dem zweiten Teil, mit dem zweiten Teil von Zysten, Myomen und Endometriose und nächste Woche wird es dann um die Myome und um die Endometriose gehen. Ich schaffe es einfach nicht, alles in dieser kurzen Zeit von halben Stunde unterzubringen. Deshalb freue dich auf nächste Woche auf eine umfangreiche, hilfreiche Podcast-Folge zum Thema Myome und Endometriose und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Dann werde ich auf jeden Fall auch dir das Datum nennen können, wann wir losstarten, mit einem super Special auf meinem Podcast, auf YouTube, auf Instagram, IGTV, auf Facebook mit einem großen Schwerpunktthema TCM Grundlagen und Basics und dann werde ich dir auch nächste Woche verraten können, ab welchem Tag du dir ein super, super umfangreiches Geschenk kostenlos downloaden kannst. Ja, ich freue mich auf dich nächste Woche. Ich wünsche dir bis dahin wunderbare Tage. Pass gut auf dich auf und danke fürs Teilen von dieser Podcast-Folge. Danke fürs Kommentieren. Danke für fünf Sterne auf iTunes. Danke, dass du da bist und mich mit dem Hören des Podcasts unterstützt. Ich wünsche dir schöne Tage. Bis dahin alles, alles Liebe, deine Anna.